Ja, Richard Levi, was kann man für ihn über ihn sagen, der exzentrische Paleontologe, der kein Blatt vor den Mund nimmt und auch gerne Leute kritisiert und auch gerne seine Meinung sagt. Also man merkt schon, dass es eine ziemlich exzentrische Person ist, die ihren eigenen Willen hat und den auch gerne auch durchsetzt. Also merkt man ja, der auch alleine zur Anlage B fährt und mal die Insel erforscht. Und anstatt dass er sich bedankt, dass ihn die Leute gefunden haben und mitnehmen können, ärgert er sich, dass die Leute ihn unterbrochen haben. Also eine ziemliche Nervensäge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017